Lass den mal anhalten Jabba, fahr'n du mal hinterher. Ja, steck' an. LOL! Das war absichtliches Ram. Er ist tot. Wollt ihr mich verarschen? Der ist tot, man. Der ist nicht tot. Doch, der hat doch rausgeflogen, ausm Auto. LOL, GG. Damit meine Waffe auch schnell. Ja, meine auch bitte. Die liegt da noch. Meine Zafir. Jetzt ist es nicht mehr. GG.